Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute ist ein ganz besonderer Tag, nämlich eine Premiere. Zum ersten Mal auf meinem YouTube-Kanal möchte ich einen ganz speziellen Gast willkommen heißen. Eine der wohl schillerndsten und spannendsten Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte hier in Deutschland und mit seiner vielfachen Waagebesetzung im Grunde auch erwiesener Vorbote der Luftepoche. Herzlich willkommen, Florian Homm. Danke. Schön, dass ich hier bin und in einem Terrain mich bewege. Das ist deswegen entstanden, weil deine Prognostik so gut war und ich vorher, ähnlich wie du, außerordentlich kritisch war, was diese Thematik betrifft. Und let's go, ja. Genau, wir haben ja auch verschiedene Konvergenzen zwischen unseren Vorhersagen auch feststellen können. Du aus dem Bereich der Datenanalytik, ich aus dem Bereich der Astrologie, was ja besonders spannend ist, das zusammenzuführen. Und ja, heute werden wir uns einerseits mal ein bisschen auch das Horoskop von Florian anschauen, weil, wie gesagt, er hat schon im Grunde die verschiedensten Facetten der Luftepoche ja schon in die Wirklichkeit gebracht hat in den 80er, 90er, 2000er Jahren. Und wir werden natürlich auch, ganz, ganz wichtig, auch uns noch die kommenden Szenarien, ja, also was uns makroökonomisch, politisch die nächsten Jahre, Jahrzehnte erwartet, hier miteinander besprechen. Ja, und ich würde mal sagen, Florian, die meisten kennen dich ja, aber für diejenigen, was ja unwahrscheinlich ist, die noch nie was von dir gehört haben, wie würdest du dich so kurz vorstellen oder beschreiben? Ich war einer der mächtigsten, erfolgreichsten Vermögensverwalter weltweit, Milliardär, ein sehr kühler, arrogantes, ja, ein kühles, arrogantes, emotionales Arschloch. Ja, das haben viele Menschen Elite gemeinsam abgehoben, hab dann über eine gewisse Selbstüberschätzung, Arroganz, einen Wandel erfahren dürfen und ja, bin ein mittlerweile beruflich Autor, Impulsgeber, Influencer und ein sehr guter Ehemann, mit einer anderen Orientierung, Erfolg nach dem Misserfolg hat sich wieder gewissermaßen eingestellt, aber in einer ganz anderen Gewichtung und du bist jemand, der das wahrscheinlich astrologisch besser erkennt, als ich das behaupten könnte, ja. Ja, das ist ja schon mal ein gutes Stichwort, weil ich würde sagen, dann schauen wir uns mal so ein paar deiner Konstellationen an, die ja eigentlich nicht nur für dich bezeichnet sind, sondern du bist ja auch ein Stück weit ja fast Sinnbild für eine ganze Ära, ja. Wenn man sich anschaut in der Kronlex-Astrologie, da gibt es ja die Generationenprägung, das einfach zeigt, was wir selbst als Kollektivwesen repräsentieren und da hat man so 1938 bis 1957 die Generation Pluto im Löwen, das waren also diese Machertypen der Nachkriegszeit, die auf der grünen Wiese im Grunde nach Belieben aufbauen konnten und irgendwie hat es Spaß gemacht und man konnte im Grunde alles machen und dann ist ab 1957 bis 1971 die Generation Pluto in der Jungfrau losgegangen. Ja, das sind die, die dann so wie du eben, du bist ja da ganz zu Beginn in dieser Generation, dann in den 1980er Jahren sozusagen der Bruch von der Späthippie-Zeit plötzlich in das kalte Synthibop, 80er Jahre, Jahrzehnt hinein und wo man im Grunde, ja, blutende Jungfrau ist immer auch eine extreme Anpassung, extremer Fleiß, extremer Ehrgeiz, man muss eine immer kleinere werdende Nische finden, um sich dort irgendwie so als Bester zu etablieren und man hatte ja damals eigentlich nur so die Wahl, entweder Punker, ja, also die totale Verweigerung dieser Anpassung gegenüber oder Banker, ja, also dann halt wirklich total auch so dieses Spiel mitzuspielen, das Zeitalter der Juppies, also wie würdest du denn damals so in den 80er Jahren so die generelle Stimmung, Aufbruchstimmung deiner Generation beschreiben? Also diese Generationenbeschreibung habe ich ja durch einen Elternbruder und durch meine drei Jahre ältere Schwester wahrgenommen und ich fand das einfach widersprüchlich. Die großen Revolutionäre zwangen förmlich ihre Eltern dazu, ihr in für 80D-Mark-Jackie-Vara-Boots zu kaufen, Mao-T-Shirts, ich fand die ideologisch komplett gefangen, widersprüchlich und diese Baby-Boom-Generation hat ja die größten Schuldenbälle der Welt verursacht plus eine komplette Bastardisierung ihrer eigentlichen freiheitlichen Werte, LSD, HP, freie Liebe und diesen ganzen Unfug. Also kann auch gut sein, ja, sorry, dass ich da überhaupt eine Wertung rutsche, also kam mir das aus der damaligen Sicht vor und das war für mich super lauwarm. Ja gut, und die blutenden Löwe, die sind ja mittlerweile schon die letzten 20 Jahre in die Rente rauskomplementiert worden, genießen jetzt ihren Ruhestand. Jetzt deine Generation, wenn du zurückschaust, Blutende Jungfrau, also die, die so deine Jahrgänge ein bisschen später sind und wenn du schaust, wie die sich jetzt eigentlich bis in die heutige Zeit entwickelt haben, wie sind da so deine Beobachtungen? Ja, es entwickelte sich aus der Konstellation natürlich auch ganz andere Generationen, ob das jetzt Zuckerberg ist, die Google-Gründer, das Entstehen von Blackrock, die Präeminenz der Leute für dich gearbeitet hatte, Fidelity, Marilyn Stammer ist der größte Broker weltweit. Und das ist tatsächlich Reagan und Thatcher-Zeitalter, also da noch irgendwie rumzudrucksen, irgendwas anderes zu sagen, wäre naiv. Das war die Hochkultur, das Finanzkapitalismus. Du bist der Experte, wie das damit weitergehen wird. Ich bin da sehr skeptisch, wenn in der westlichen Welt jeder sechste Arbeitsplatz mit diesem Schwachsinn verbunden ist, der an sich sich nur um sich selber dreht und in der Spitze, in der ich mich bewegt habe, so abgekoppelt ist vom Gefühl oder in den Menschen um dich. Du drehst dich praktisch in deinen eigenen Wirrwarr und wirst dadurch immer reicher, aber du bist ganz schön weit weg von den Sachen, die mich heute berühren und damals nicht mal existierten. Also du hast ja auch in Harvard einen Abschluss gemacht. Wenn jetzt damals der Brief gekommen wäre von Klaus Schwab und der hätte dich zu den Young Global Leaders eingeladen. Ich wurde fünfmal eingeladen. Ah, okay. Gehörte zu den laut Manager-Magazinen den 15 mächtigsten aktiven Investoren weltweit und ich fand die langweilig. Außerdem hatten die schon so richtige krasse Macht, so einen Machtwahnsinn. Ich hatte definitiv Erfolgssucht, so war ich konstelliert aufgestellt. Aber es fing schon an, dass die, wenn sie dann in die Milliardengrenzen die übersprungen hatten oder die hatten also wirklich die Vorstellung, sie können alles besser, sie haben sich das alles selber angeeignet, sind alle selbst geschaffen und das fand ich albern und da ist auch kein Fun und das sind natürlich auch die Harvard-Netzwerke. Ich habe zwei Abschlüsse dort gemacht und das ist ein weltweites Netz und das Harvard-Netzwerk ist sehr, wiederum sehr eng am Weltwirtschaftsforum. Das ist ja, das ist so eine Art Bruder oder Schwesternschaft 1971 gewesen. Gott, Gott, das ist ja schon fast wie Inzucht, globale Inzucht, globale Inzucht. Das fand ich wiederum nicht charmant, weil ich war so ein arrogantes Arschloch. Ich habe gesagt, ich mache meine Milliarden ohne das Netzwerk. Ach, ihr wollt ein Netzwerk haben? Fucked off. Und das machte mich natürlich zudem noch super unberichtbar und man muss sich auch ein bisschen anpassen in diesen Clubs. Es gibt einen europäischen Milliardärsclub, da war ich auch eingeladen. Damals gab es 1200, aber ich habe mir schon schwer im Angelverein zu sein, also geschweige denn in solchen Konstellationen. Das ist ja auch eine Anwesenheitspflicht, das ist eine Ausbildungspflicht, das muss mit denen rumhängen. Ihr müsst dann Komplotte schmieden, ihr schiebt euch die Deals zu, das ergänzt sich über Politik, Wirtschaft, Telekommunikation, also Technologie, Medien und das sind die Netzwerke. Oh Gott, oh Gott, da hast du ja gar keine Freizeit mehr. Du bist ja komplett instrumentalisiert. Also das kann widerhalten, wie er will. Das ist eine Macht- und Vermögensgarantie definitiv zu einem Preis der kravagierenden Anpassung und das bisschen Zeit, was du noch hast, musst du für den noch abhängen, geht gar nicht, also ging nicht. Ja klar, das sind natürlich sehr rigorose, enge Strukturen, die ja für die Erdeboche, die mit der industriellen Revolution losgegangen ist, ja symptomatisch waren und worum ich dich davor als Vorreiter der Luft-Epoche bezeichnet habe, Luft ist ja das sehr bewegliche, sehr volatile Element, sehr freiheitsorientiert und in deinem Horoskop ist natürlich mit großem Abstand das mächtigste Element als vielfache Waage, wobei man dann oft sagen würde, Florian Homm-Wage hat mir immer gedacht, die wären so diplomatisch, aber du hast natürlich auch den Mars in der Waage stehen, das ist auch der Revierverletzer, also der, der gern seinen Finger in die Wunde legt und da, wo alle sich einig sind und die Spiele abgekautet sind, dann aber das Verdrängte aufdeckt, ich denke, das wird dir nicht nur Freunde gebracht haben. Nein, das ist irgendwie, erst mal fühle ich mich da schon als Kind unwohl in diesen dynastischen Strukturen, irgendwie stankt das und zweitens ist dann natürlich, wenn diese ganzen Massen sich kombinieren, entstehen falsche Annahmen, also auch Schwächen, weil man trümpft sich auf seinen Netzwerken aus und dann ludern, natürlich Bilanzen werden schlecht, teilweise, weil man vom Staat geschützt wird, wie bei der Bremer Vulkan und ständig subventioniert wird und da, wenn diese Sachen überzogen sind, erst mal finde ich, es ist eine kranke Struktur und ich bin dann nicht der Plattmacher, sondern ich bin der Profiteur, indem ich das frühzeitig erkannt habe. Dann habe ich es natürlich auch verbreitet, mein Wissen, damit das schneller geht. Ob der Land jetzt in fünf Jahren Pleite geht oder in sechs Monaten, mir ist natürlich aus der Renditeüberlegung viel wichtiger, dass er in sechs Monaten Pleite geht. Also jetzt sehe ich das auch jedem Journalisten und den, der da Achsen hält, ob das Templeton war damals oder Fidelity, dann habe ich das auch noch erzählt. Dann haben wir gesagt, ach, das stimmt doch nicht, das stimmt doch nicht, dann ist der Kurs 20% gefallen, nachher ist er 99% gefallen oder fast 100%. Tja, dann war das Geld bei mir und nicht bei denen und es war immer schön. Es gibt auch außerhalb des Systems nah am System Profit. Aber ich glaube, das wird sich auch nicht verändern. Also wenn irgendwas zu homogen ist, ich war zehn Jahre Diplomat, Botschafter und UNESCO-Delegierter für Liberia, das kann ich schon, das liegt mir, aber ich kann es dir nicht sagen, du bist der Experte. Ja klar, so wie gesagt, Maas und der Magist, das ist ja auch deine Pflicht sozusagen, das verdrängt dir aufzudecken, weil du sagst, der Stallgeruch und eine Idee hackt der andere kein Auge aus. Das machen die Lemminger natürlich genauso, wenn sie auf die Klippe zulaufen und da braucht es natürlich immer einen, der halt dann davor noch irgendwie einschreitet, auch wenn es dann der Masse dann nicht genehm ist. Das ist kein Biddy-Baddes-Werb gewesen. Das Geschäftsmodell war das Unbeliebtheitsprinzip. Aha. Ja, wer ja auch noch eine ganz starke Luftprägung hat, allerdings ohne den Mars in der Waage, fand ich auch total spannend, weil deinen Großonkel, den Josef Neckermann, den habe ich ja immer im Wirtschafts-Astrologie-Seminar als Beispiel für einen ausgeprägten Lufttypus. Wow. Und es hat dich wahrscheinlich ja sehr geprägt, du hast dir da auch schon einiges in diversen Interviews erzählt. Mich würde vielleicht mehr interessieren, wo würdest du denn selbst die fundamentalen Unterschiede zwischen dir und deinem Großonkel, dem Josef Neckermann, sehen? Erstmal, diese Luftkonstellation ist neu und das war für mich das Leitmotiv. Das habe ich bestimmt schon mit 7, 8 aufgenommen. Was sind die Unterschiede? Also auch schon mit 15, 16. Feneco, also Opa, Großonkel, war das gesellschaftliche Standing unvorstellbar wichtig, auch wenn sein Enkel so ein Jojo einen Salesport begangen hat in dieser, Gott, das ist jetzt ein Fachbegriff, den hat mir meine Frau beigebracht, histrionischen und narzisstischen Konstellation von Neckho. Also keine Kritik erdulden, nach außen muss alles stimmen, unter dem Konkurrenzkampf ist man einfach brutal, man hat in die Schattenwelt enorme Verbindungen. Also das gesellschaftlich war schon mal analytisch irrelevant. Irrelevant, das zweite, was irrelevant war damals war, man, du machst dich abhängig von Banken, bist du bescheuert. Karstadt arbeitet mit der Deutschen Bank, der Bank weltweit, der Deutschland AG und deine Bank ist die BHF, so eine Putzi Bank. Was meinst du, wie das Rennen ausgeht? Das waren so rein analytische Sachen und menschlich es stank halt. Und das ist mir aber auch so richtig bewusst erst geworden, so richtig durch jede Zelle, durch die Therapie mit meiner Frau und natürlich auch durch eine Programmierung, durch ein Mind-Control-Programm. Ich wurde auf diese Schiene, hochbegabtete Schiene gesetzt und dann ging der Zug über fünf Länder, Stipendien, begabtete Monitoring-Evaluierung-Tests nach Harvard und sollte teils dieses Vermächtnis zumindest im finanziellen Bereich darstellen, hatte auch enorme Vermögen unsere Familienstation betreut. Oh Gott, was ist denn das für ein Ziel? Also du stirbst und das Wichtigste ist das Vermächtnis, was du hinterlässt und während du lebst, ist das Allerwichtigste, diese Macht mindestens zu halten oder auszubauen. Soll man denn da Glücksgefühle haben oder irgendwelche? Und ich sage das mal, ich zitiere jetzt meine Frau und in diesem Zitat pflichte ich bei, Neko war der Eierkopf. Auch wenn ihr eine gewisse brillante Luftfigur war und natürlich auch das Wirtschaftswunder vorausahnt, das ich brutal positionierte, aber meine Tante hat eine These aufgestellt, dass mein Großvater von ihm umgebracht worden ist, um an die Aktiva zu kommen. Und ich kann das definitiv von mir behaupten, auf dem Weg zum Erfolg habe ich keinen Privatfriedhof hinterlassen. Ja, das ist eine harte Sache, nicht jetzt in den Raum stelle, das werden Menschen unserer großen Familie, mit denen ich sowieso keinen Kontakt mehr habe, nicht besonders gut finden, aber Erfolg um jeden Preis. Ja, man sieht ja bei dir natürlich auch, du hast ja auch deine Mond am galaktischen Zentrum stehen, 26 Grad Schütze, also genau da, wo sozusagen die Träume, Wünsche, Sehnsüchte der Menschheit herausgeboren werden. Das heißt, von einer Gefühlswelt, das ist ja dann immer so, im ersten Schritt ist es, dass man einfach einen irrsinnig guten emotionalen Zugang zu Trends hat, zu Entwicklungen des Zeitgeistes. Und in der Kultivierung dann ganz am Schluss ist es ja dann auch eine sehr starke Glaubenskomponente, also eine Spiritualität. Und du hast ja mal beschrieben, wo du aus Harvard rauskommst bist, da warst du im Grunde ein Kopf ohne Körper, also das heißt, alles zerebral drunter eigentlich alles dann weggedackert. Wie hast du dazu dein Glauben gefunden? Es gab wirklich ein ganz konkretes Erlebnis, das war mit, also ich habe mehrere, aber ganz prägend war, ich saß spät in meinem Büro um 3 oder 4 Uhr früh und ich stand und hatte irgendwelche, habe mich mit irgendwelchen Gleichungen beschäftigt und das ist im Stehen oft besser und kollabierte, also wie so ein Skelett zusammen, fand das, eigentlich finde ich das irgendwie, ich war so krank, dass ich das funny fand damals, also die erste Rektion, das ist ziemlich lustig, das liegt sehr wie ein Skelett auf dem Boden, fühlte sich aber da auch nicht lustig an und ging dann, was ist los? Und schaute in den Spiegel und sah, eigentlich sah ich eine Fratze und versuchte zu lachen und ich konnte nicht lachen, das war verzerrt und natürlich gab es noch weitere Phasen, die sahen sehr nüchternd, dass ich nach einem, dass ein Attentat in unserer Familie, das mich betraf in Karakas, sehr nah, in meiner innersten Familie, dass das so etwas durchaus durchdacht oder möglich wäre. 15 Monate Haft in einem italienischen Gefängnis und da ist man halt leider das Schutz-Erpressungs-Modul Nummer 1 im gesamten italienischen Gefängnissystem, also in diesem Fall in diesen zwei Gefängnissen mit 1400 Insassen, die waren für 380 konzipiert, also, sorry, ich übertreibe, die waren für 450 konzipiert und mir standen halt auch die Aussicht, dass ich den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen würde, die war saumäßig hochstatistisch, sehr schwere MS, keine Möglichkeit, dass ich jetzt hier gerade sitzen würde, mit 40 diagnostiziert und verschiedene andere Sachen und man kann sich nur, also jeder kann das bis zu seinem Tod machen, aber wenn man so mathematisch veranlagt ist, muss man irgendwann sich auch selber, nicht nur das Außen, das investive Reflektin, sondern sich auch selber und das war nichts, da gab es nichts mehr, also, alle Ziele waren erreicht, ich hatte alles, aber doch nichts und das ist das Gefühl, da fühlte ich mich und da musste ich es verändern und aus der Veränderung, vielleicht kannst du das besser aus deinen Analysen erkennen, aus dieser Veränderung entstand ja ein Wandel, resultierte in einem ganz anderen Lebensstil, einer extrem starken, unabhängigen Frau und keinem sozialen Kontrakt, Psychopath, heiratet Psychopath, erfüllen ihre Rollen, was ist denn das für ein Ding schon wieder, ja, aus meinem MK-Programm und jetzt sitzen wir hier und reden, ich hoffe, ich konnte das einige Ersten beantworten, das war sehr ausführlich, ja, das heißt, dass jetzt nicht nur Geld als sozusagen der einzige Triebfehler motiviert, so wie das in früheren Jahrzehnten war, wie würdest du sagen, was ist dann jetzt so dieser höhere Sinn, der dich jetzt motiviert, tätig zu sein, ich meine, du hast einen riesen YouTube-Kanal, das ist ja ein Anliegen, den Menschen eine finanzielle Bildung, finanzielle Eigenständigkeit zu vermitteln, was ist jetzt so dein Sinnanspruch an deine Tätigkeit? Also es gibt einen sehr greifbaren Sinn und ich werde jetzt mal kurz aufstehen, ich bin ja nicht am Boden verkabelt, und wenn mir das jemand erzählt hätte, vor 15 Jahren hätte ich eine Wette für 10 Millionen abgeschlossen vom Notar, das ist ein Buch, das steht mir immer noch zur Seite in allen Krisen sowieso und täglich auch in guten Tagen, die Botschaften der Barmherzigkeit der Jesusmutter Maria für die Welt, da bitte ich euch da mal reinzuschauen, es hat mir in den schlimmsten Tagen Orientierung gegeben und ich schlage es einfach auf, bete manchmal kurz und ich weiß ganz oft nicht, was los ist, weil ich bin nicht mehr auf dem sicheren wirtschaftlichen Terrain nur noch tätig, also das ist eine ganz zentrale Aufgabe, auch seit Jahren Bestseller auf Amazon in christlichen Jesus- und Marien-Themen, also unvorstellbar, dass ich sowas überhaupt hätte ich mir nicht vorstellen können, das ist eins und das andere ist, einfach mich dem Licht zu bewegen, jetzt kommt das ganz Verrückte, dass wir jemanden, der eigentlich alles kontrollieren und machen will, verbildlichen will, mich einfach führen zu lassen und so ist dieses Video entstanden in der Präsenz meiner Frau, die gemerkt hat, die ist was, da ist was, das sind eigentlich anders ausgerichtete Menschen, aber da ist es auch was ergänzendes und deswegen sitzen wir hier und ich muss nicht alles Gott sei Dank mehr planen, also Licht ist wichtig. Ja, wir sind jetzt hier in einer absoluten Zeitenwende aktuell und du bist ja jemand, der einfach das alte Wirtschaftssystem der Erdeboche in- und auswendig kennt und der schon vor 20, 30 Jahren und noch länger eigentlich da immer irgendwie einen schlupfweg durchgefunden hat, dieses System auch zu überlisten, ja, also durch deine ganz starke Luftprägung im Horoskop und das hast du ja erzählt, sozusagen von deinem, ja, von deinem spirituellen Werdegang, hast du auf der anderen Seite aber auch dieses enorme wirtschaftliche Wissen, du weißt ja, wie die ganzen Leute dicken, die da an den Schalthebeln am 18, wie würdest du denn sagen, was wäre denn eine wünschenswerte Richtung, wie sich das Wirtschaftssystem in der Zukunft entwickeln könnte? Also diese Wirtschaftssysteme sind und auch die Politsysteme sind komplett verkrustet, ich würde fast schon sagen, komplett verblödet und das führt natürlich dazu, dass diejenigen, die sich da nicht umstellen können, infarktieren, ja, oder mindestens sich fragmentieren, die werden das nicht schaffen. Es ist förmlich geistesgestört, mangelndes Wirtschaftsverständnis oder mangelnde Realpolitik oder mangelnder, leicht gesagt, Pragmatismus, dass man nicht mit den Möglichkeiten der Technologie heute tatsächlich ein vernünftiges Grundeinkommen schaffen kann, gleichzeitig übersichtliche Steuern, eine Gesellschaftsstruktur für diejenigen, die ambitionierter sind, denen vielleicht auch wirtschaftlicher Status wichtiger ist, sich in dieser Richtung zu entwickeln und Menschen, die sagen, ja, mir ist meine Gemeinschaft wichtiger, die Zugehörigkeit in irgendeiner Gruppe oder einer Gemeinschaft oder einem Sinnbild auch, ich glaube, das ist möglich, die Reimungsverluste durch, ja, was ist das denn bitte, ich muss doch wirklich nicht mit jedem konkurrieren, also eine intelligente Kooperation ist doch im Zeitkreis dynamischer als eine paranoide, von außen gesteuerte, ich bin der größte, schönste, beste und einzige, das ist doch Steinzeit, also, und vielleicht geht das, entwickelt sich der Wirtschaftskanal auch zunehmend in diese, in diese alternativen Modelle und 1980 habe ich, 76, 70, habe ich schon angefangen zu programmieren, da gab es noch nicht mehr den Begriff künstliche Intelligenz und die Modelle, die ich da entworfen habe, die werden gerade weiterentwickelt und die sollten auf ganz andere investive Konstellationen hin und sie bedeuten natürlich auch, dass ein Unternehmen der Zukunft wesentlich flexibler sein muss, dass unser Bildungssystem noch stacher ist als unsere Politik und Wirtschaftslandschaft, das ist eigentlich fatal, fast ein Todesurteil für Europa, aber auch das muss nicht so sein, es gibt fantastische Module, auch da werden, die werden wir vorstellen auf dem YouTube-Kanal, somit kann jeder, jeder der Kinder hat oder auch selber am Wissen interessiert ist, wir werden dann Zugang bilden, wie ein Kind praktisch mit dem achten Schuljahr einen erstklassigen Abi-Abschluss macht und das sind Lernmodelle, die ich selber ja schon unterbewusst in meiner Kindheit eingesetzt habe, aber es ist ein Wissensmodul, wo man aus Skandinavien, aus Asien, aus Russland, aus dem frühen amerikanischen Schulsystem die allerbesten Elemente zusammenzieht und Freude am Lernen hat, wie ist es damit? Freude am Lernen, nicht diese Depri-Kinder, die man sieht auf den Schulhöfen oder wenn sie nach Hause kommen, die sind außerhalb, werden sie acht Stunden gefoltert worden und dann gehen sie schon wieder so rein und haben dann schon so Falten, das sagte mir ein internationaler Psychologe in Deutschland laufen die Kinder rum, als wären sie im Konzentrationslager groß geworden. Also das gibt es so viel, was positiv sich entwickeln kann und vielleicht bieten wir auch immer mehr eine Plattform dafür, dafür, aber wir machen nicht den Anspruch, die Welt verändere zu seinem Kanal, es geht schon auf die individuellen Lösungen, das ist greifbarer und wenn sich das Wissen vielleicht auch anders bewegt und zirkuliert, dann würde ich wieder mal was anderes machen, aber sehr luftig natürlich, wie in den Jahren sagen wir mal 77, 75 bis 2007, 2008 und dann ist ein Interim von zehn Jahren und jetzt, ich wäre dankbar, wenn ich weiter fliegen darf, ich kann. Ja, das hast du ja schon angesprochen, dein Prognosemodell, das ist ja unsere gemeinsame Leidenschaft, die Prognostik und wir haben uns da sehr viel uns auch ausgetauscht drüber. Im Grunde, wenn man es jetzt mal so ganz vereinfachen möchte, du verwendest natürlich sehr, sehr viel Fundamentalanalyse, das heißt, du schaust dir ganz viele Daten rein an, schaust dir korrelierende miteinander, was kommen für Wahrscheinlichkeiten raus. Jetzt als Astrologe würde mich natürlich interessieren, inwieweit da auch so zyklische Modelle bei dir eine Rolle spielen. Also natürlich, verschiedene Vermögenskategorien, verhalten sich unterschiedlich, in welcher Wirtschaftsphase du bist. Stagflation verheerend für fast alle Anlageklassen, Inflation verheerend für fast alle Anlageklassen, Rezession, Depression fast verheerend für alle Anlageklassen. Also das sind so Szenarien, die zunehmend wahrscheinlich sind. Wir sind schon in der Stagflation. Also da verlieren 80 Prozent der Aktiengesellschaft real, sehr entspannt, 50, 70 Prozent in einer Dekade an Wert. Also man muss umdenken. Und natürlich laufen diese Modelle makroökonomisch durch Algorithmen, Backtests, aber auch, wir spielen auch Daten in die Zukunft, Szenarien in die Zukunft ein, die kalibrieren im mathematischen Modell nach vorne, also in der Zukunftsdatenreihe und zurück. Und die sind so interdependent, sind ja oft, ich glaube, das hört sich jetzt viel an, aber 200 Variablen über 200 Industrien plus noch andere Makro-Themen wie Realzinsen, reale Inflation und schlag mich tot. Und dann wirft das halt, wir sitzen halt also genau gerade in so einer Studie drin, damit alle unsere Börsebriefkunden wissen, wenn ich mich in den nächsten Jahren investieren soll, was ist antifragil, also verliert weniger, was wird sehr viel verlieren, weil diese alten Anlagenmodelle, die haben sich noch so, wenn ich verstanden habe, dass die gescheitert sind, wir haben zwei große Christen, einen kleinen in fünf Jahren, Leute, also ist nicht so schwer zu erkennen, dass wir hier im Paradigmenwechsel sind. Übrigens, das gab es in der Form auch noch nicht. Ja, was sind denn dann so die wichtigsten Trends, die du für die oder dein Team für die kommenden Jahre erwartet? Also wir, also ich, ich sag mal, wir haben ja auch eine Diskussion, es ist ja keine absolute Monarchie, ich spreche jetzt lieber über mich, hohe Wahrscheinlichkeit von einem riskanten Investitionsumfeld, Börsenumfeld, in den Herbst, sehr starke systemische negative Konvergenzen, das sind zehn Faktoren, das sieht man auf meinem Kanal, Christoph, die spreche ich manchmal an, oder es gibt noch 17 weitere makroökonomische Faktoren, die betreffen alle halt die Profitabilität von Unternehmen, wie kann ich Preise weitergeben in inflationären Zyklen, Überschuldungsgrad und so weiter, also Gott, Gott, die konvergieren meines Erachtens 2,023, könnte aber schon 2,022 Ende anfangen, 2,025 und da werden die wenigsten durchkommen, also die meisten Investoren werden auf ihre Depotauszüge schauen und viele Nullen sehen in der Phase 25, 27, ja. Hat man ja auch davor besprochen, dass das ja schon eine Zäsur ist, der Raum 2025 bis 2027, wo so ein totales Systemreset eigentlich sehr wahrscheinlich ist, da haben wir ja auch die vielen Nullen, die bei dir rauskommen und bei mir natürlich was ähnliches, jetzt was natürlich nicht nur Investoren betrifft, sondern eigentlich wahrscheinlich jeden, der hier zuschaut, wie du dann den Bereich der Immobilien siehst? Ich hatte das schon angekündigt vor ungefähr 18 Monaten, dass es dünn wird, dann sind die Immobilien noch weiter gestiegen im Preis, aber nicht schlimm. Wir waren short, viele Immobiliengesellschaften in unserem Depot, die Immobilien sind immer noch etwas weiter im Preis gestiegen, aber der Markt ist nicht dumm. Evergrande in China geshortet, mittlerweile über 90% Verlust, deutsche Immobilien geshortet, im Schnitt 30-40% Verlust, aber der gesamte Immobiliensektor weltweit, wenn man sich die Führenden anschaut, minus 20 bis, ja kann man auch sagen, 40-50%, das hätte man nicht erwartet vielleicht, aber die Börse ist nicht immer ganz schlecht in der Prognose, eigentlich liegt sie oft richtig, und wenn sie nicht richtig liegt, ist enorm viel zu verdienen, das ist mein Modell, und die sagt praktisch voraus, und jeder vernünftige demografische Analyst, also Bevölkerungstrends, Sterbetrends und so weiter, sieht auch einen Überschuss, und Immobilien sind halt leicht in der Finanzrepression zu besteuern, das hatten wir auch achtmal, seit 1800, zuletzt 48, 53 Zwangshypotheken, und es gibt ja die Reichensteuer, die hat in der Bevölkerung Unterstützung von 72%, anderen nennen es nicht, den Lastenausgleich, das wäre so ein schönes, Neudeutsch, was ist denn das, ein Lastenausgleich, was soll das Gewichtheberer sein, das ist Verarschung, Umverteilung, also schlechte Aussichten, und bei immer noch hoher Inflation, come on, es heißt nicht, dass es Sonder, die es gibt, oder dass es Segmente gibt, die etwas interessanter sind, aber das Chancen-Risike-Verhältnis für Immobilien ist einfach schlecht. Das heißt, du würdest da auch sehen, dass die nächsten ein, zwei Jahre... Ich verkaufe, ich kann heute, ich kann verkaufe, sowieso, habe ich auch gemacht, im Familienbesitztum, sehr opportun gekauft, und saugut verkauft, und wenn ich jetzt mit Immobilien verheiratet bleiben will, dann habe ich ungefähr 500 Immobilientitel weltweit, die meine, selbst wenn ich ein großes Apartmenthaus habe in Frankfurt, also ich kann nicht alle nachbilden, wenn mir das nicht gefallen, verkaufe ich das Ding morgen. Aber wir profitieren außerordentlich gut auf der Short-Seite, in Wertschriften bei Immobilien, und wir sind das skeptisch, und wir 90% aller Millionäre in Deutschland sind Immobilienmillionäre, und das passt doch nicht in das Erdzeitalter, so richtig. Ja, in Luft, das passt zum Erdzeitalter, aber zur Luft die Woche passt natürlich nicht mehr, das ist ganz unbestritten, Du hast ja auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, jetzt der demografische Wandel, also gerade um diese Drastizität mal zu veranschaulichen, von aktuell über 80 Millionen Einwohnern wird Deutschland bis 2050 auf unter 60 schrumpfen, trotz Migration und allem, das wird ja dann auch massive Auswirkungen aufs Rentensystem, aufs Bildungssystem und so weiter haben. Wir sollen denn zwei Angestellte einen im Ruhestand finanzieren, geschweige denn den Gesundheitskosten, die jetzt gerade durch und mit der Corona-Krise entstanden sind, das ist doch, da wird es doch lieb, Äugeleien, Verarschung, aber das geben ja wirklich auch mittlerweile Parteien oder Köpfe innerhalb dieser Parteien wie der CDU zu, dass das ein Pleitemodell ist. Ja, man fragt sich natürlich schon, es wird eben so getan, als wäre die aktuelle Krise die letzte Krise und jedes Jahr kommt aber trotzdem eine neue, was der Dauerzustand in der Luft die Woche sein wird, jedes Mal werden ja wieder hunderte Milliarden rausgeblasen, wo wird das hinführen die nächsten zehn Jahre? Das ist natürlich nicht tragbar. Es gibt kein, wenn man die Buchstaben der Währungen mal durchgeht und die durchschnittliche Lebensdauer von Währungen, die durch nichts gedeckt sind, also es ist einfach Geld gedruckt, da liegt nichts dahinter, liegen keine Immobilien dahinter, ist kein Geld dahinter, das ist gar nichts dahinter, nur die Bereitwilligkeit der Steuerzahler, diese Zinsen zu bedienen und die irgendwann mal, also gar nichts, ja, die ist 25 Jahre und wenn man bei Buchstaben Mitte B ankommt, hat man 600 dieser Pleite Währungen und ich glaube, das meine ich mit zu verstehen, zu geben in einer systemischen negativen Konvergenz, wir haben jetzt schon 70 Länder, Entwicklungsländer größtenteils, aber auch Länder wie Italien, selbst Frankreich ist akut gefährdet, die in Zahlungsschwierigkeiten, in Refinanzierung kommen, in Sri Lanka sind vor nicht so langer Zeit die Lichter ausgegangen und dann musste man die Gebäude dafür schützen, dass die öffentlichen Gebäude und alle Shops, dass sie nicht geplündert werden und man hat bei Protesten das Recht gegeben, Protestanten zu erschießen. Diese Konstellation haben wir, genau dieselbe Konstellation haben wir bereits in zwölf Ländern, also wir leben in einem Umfeld, da wird allen erzählt, der Damm bricht nicht, aber an diesem Damm stehen so mehrere tausend Leute, die alle wirklichen Taschentücher aus holen und da immer, da kommt Wasser aus, da rein stopfen, das ist, mathematisch ist es so offensichtlich. Ja, das sind ja relativ düstere Zukunftsaussichten. Jetzt hast du, Florian, du bist ja irrsinnig beliebt bei jungen Leuten, also es ist ja Wahnsinn, wie viele Leute unter 20, unter 30 dich kennen und da dein Kanal permanent folgen. Was würdest du denn jetzt einem jungen Menschen heutzutage aus der jetzigen Sicht mit auf den Weg geben? Also ich finde, das ist das Wichtigste, rumstenkern, schlecht gelaunt, wow, ich bin loser, ich bin faul, ich kann sowieso nichts machen, es ist echt keine Einstellung, da kannst dich gleich auf Friedhof Erde über dich schütten im Grab, was sollst du hier? Deswegen sind immer lösungsorientiert, was wir in dem Gespräch auf meinem Kanal natürlich angesprochen haben, ist ein Wertegerüst in Zeiten von Turbulenz, da würde ich nochmal bitten, darauf einzugehen, das konntest du viel besser definieren im privaten Gespräch als ich und ich kann das natürlich karrieremäßig und investiv ganz gut umschreiben. Erstmal durch diese Dramatik, wir haben demografische Veränderungen, wenn man sich jetzt alle diese Berufe anschaut, es gibt zwei Kategorien, die, die wegdigitalisiert werden, das ist natürlich so Sachen wie Banking, wer braucht noch Banking, Versicherung und diese ganzen Kram, Notarbüros, auch zum Teil Rechtsanwaltsbüros, das ist so eine Dichte von jedem fünften Job, da fällt so jeder zweite weg, braucht kein Mensch, vielleicht sogar zwei von drei. Es betrifft auch Wirtschaftsprüfung und allem, das sind hochgradig automatisierbare Sachen. Wenn ich mich mir bei Sachen anschaue, wo wir eine enorme Generationendichte haben und das wird hier immer so verteufelt, aber Handwerk, also für mich ist Elektriker mittlerweile ein High-Tech-Job, wird fantastisch bezahlt, auch teilweise die Agrarwirtschaft, ist auch Techie, also in jedem Bereich, also wir haben Tech-Jobs ohne Ende, aber es geht um Qualifikation, der Spreu wird getroffen, wer ist qualifiziert und wer ist nicht qualifiziert und dann hat man das Generationenthema. Ja, also wo sind die meisten ausgeschrieben? Stelle also ergo, inelastische, also konstante Nachfrage, aber die Belegschaft stirbt aus, also für alle, die jung sind, auch für Leute, die schon ein bisschen älter sind, auch okay, wir können uns Wissen aneignen und wir können da auch mit Zuversicht auf ganz schwere Sachen zugehen, wenn wir bereit sind, dazu zu lernen. Investiv ist sowieso für mich, also das passt natürlich fantastisch, aber ich muss mir auch halt das Wissen aneignen, deswegen habe ich so Enzyklopädie geschrieben über den Investmentstil, der in allen Klimalagen funktioniert, das heißt, die Prinzipien des Wohlstands. Ein ausgezeichnetes Buch, unbedingt reinschauen. Das blieb, dass du das siehst, so siehst, es hat mich total überrascht, es zeigt doch auch, dass die jungen Leute, auch ältere, wahnsinnig wissensbegierig sind und sich nicht nur Däumchen drehen, die Welt ist schlecht, sonst wäre das Ding nicht acht Tage auf Amazon Nummer 1 gewesen, als Investbuch, also wow, die Verleger waren schockiert, ich war positiv überrascht, wir konnten nicht nachliefern, zwei Wochen lang und das läuft immer noch super. Also ich bin da ganz guter Dinge, was ich dich zurückfragen möchte, für den Nutzen deiner und aber auch meiner Zuschauer, du sagst essenziell im Sturm. Also investiv ist es klar, also eine gewisse Dynamik und Wissensbegierde und dann kann ich in einem Chaos unvorstellbar gut verdienen, weil die ganzen Bewegungen sind sehr schnell und sind sehr dramatisch. Also so bin ich ja letztlich reich geworden. und aber im Wertesystem, ich füge ganz kurz auf, mein Wertesystem ist ziemlich banal, es ist Ehrlichkeit, Treue, Loyalität, Integrität, da könnte man sagen, das ist ja ziemlich judeochristlich, und ein bisschen enggezurrt. Die Überleitung für mich ist, wenn ich im Weltlichen, im Investieren Dynamik brauche und Akzeptanz des Wandels in der Luftepoche, ja was brauche ich denn charakterlich? Ja, also diese Werte, du hast jetzt ein paar aufgezählt, da sind sicher einige Universalwerte dabei, eine gewisse Wahrhaftigkeit, eine Geratenigkeit, also alles, was hilft, langfristige Beziehungen auch zu etablieren und zu halten, das ist natürlich in der Luftepoche, wo sich alles ändert, langfristige Seilschaften sind natürlich da unbedingt immer wichtig und Vertrauen, aber im Grunde, das unterscheidet eben die Erdeepoche von der Luftepoche, in der Erdeepoche, da gibt es so Wertangebote von der Kirche zum Beispiel oder von dem, was man in irgendwelchen Studienrichtungen lernt, in der Luftepoche muss sich jeder aus diesem Sammelsurium von Werten seinen individuellen Mix auf Basis seiner individuellen Persönlichkeit heraussuchen. Wow, das heißt, ja, das sind so ganz, das heißt, okay, ich bin nicht im klassischen Christlichen, aber ich übernehme gewisse Elemente, ich glaube, das kaufe ich nicht, aber vielleicht kann ich was ziehen aus den Tibetanern, dem Buddhismus und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter, also man muss, aber wenn man es nicht macht, das hatte ich auch noch, was passiert denn, wenn in turbulenten Zeiten, ich glaube, da sind wir liegen, in unseren Prognosen, werden wir leider sehr richtig, aber das heißt auch nicht leider, weil es ist eine tolle Chance. Ja, total, ja, also es ist ein ganz neues Denken, das erforderlich ist, eine viel größere Flexibilität, eine größere Individualität, früher war der Anker außen in Form von bürokratischen Vorschriften und irgendwelchen staatlichen Systemen, jetzt ist das außen total volatil beweglich, jetzt müssen wir uns selber unseren inneren Anker bauen. Okay. Ja, Florian, also in dem Sinn war das ja nochmal eine ganz optimistische Vorausschau für die jungen Menschen. Für alle, die bereit sind, ich glaube, sich dem Wandel zu stellen, dynamisch zu bleiben, sich auszurichten und den Wandel zu begrüßen. Charakterlich ganz schön eine Herausforderung, weil wir im Zeitalter noch der Ablenkungs- und wir werden wahrscheinlich noch virtueller, aber generell, es gibt keinen Grund, jetzt hier Harakiri zu machen. Genau, und wenn es um die wirtschaftliche Kompetenz geht, möchte ich unbedingt empfehlen, viele von euch werden es ja wahrscheinlich schon machen, mal auf Florians Kanal vorbeizuschauen. Das sind ganz, ganz viele wertvolle Tipps für die finanzielle Eigenständigkeit, um sich jetzt sozusagen sein persönliches Schiff in dieser turbulenten Zeit zu navigieren. In diesem Sinne, Florian, herzlichen Dank für deine Arbeit, für dieses tolle Gespräch und ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft uns da noch weiter austauschen können. Herzlichen Dank für ergänzende Informationen, die einige bestätigen und einige sind krass neu und dein Profil meiner Person. Danke dir. Danke, Florian. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Ciao.